Das war's von mir. Ich denke mal, ich habe einiges hier bei diesem Photoshop Tutorial gezeigt und ich hoffe, du hast auch einiges zum Mitnehmen. Am besten schreib dir die ganzen Sachen auf, die du hier gelernt hast und versuch das auch anzuwenden. Denn das ist das Wichtigste, wenn du etwas veränderlichen willst. Du musst es auf jeden Fall immer wieder anwenden. Ich habe diese Bilder jetzt auch in das Photoshop Tutorial mit reingepackt. Du kannst dir also diese Bilder oder mit diesen Bildern kannst du trainieren. Du kannst selbst versuchen, diesen Effekt zu erstellen. Du kannst natürlich auch andere Effekte erstellen. Das ist ja wiederum alles dir überlassen. Es gibt ja ganz viele Effekte noch bei Color Effects und man kann sich auch mit anderen Effekten nochmal coolere Sachen dazufügen. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, das Tutorial zu machen und diese Bilder zu bearbeiten und ich hoffe, das hat dir genauso viel Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal und ich würde mich auf eine Bewertung sehr freuen und auf deine Arbeiten. Also was du aus diesem Bild gemacht hast, das kannst du gerne in die Kommentare reinposten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.